Hallo Leute, willkommen zurück zu der letzten Episode von Pilotwingsman. Ja, das Let's Play hat auch mal ein Ende. Und das erneuert. Warum erneuert, erklär ich euch gleich. Secret comment. Lately der evil syndicate has grown. They now have kidnapped a government. We are pitted to post them. Our agent has penetrated their hideout and they await your rescue from the heliport tonight. Please, he is my brother man. Jo. Okay, dann trinken wir jetzt unsere letzte Mission an, würde ich sagen. Erneuert. Ja, warum erneuert, das sag ich euch jetzt. Erneuert. Nein, eigentlich nicht erneuert, aber Wayne. Auf jeden Fall hatte ich da schon mal rekordet, nur Flaps hat meine Stimme nicht aufgenommen und ich hab mir gedacht, bei der letzten Mission, nein, das synchronisiere ich nicht, das nehme ich nochmal neu auf. Ja, ich bin wirklich so bescheuert. Man kann's kaum glauben. Äh, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt ein bisschen mehr Übungen hab als vorher und, äh, ja. Ich hoffe, dass ich mehr Übungen hab als vorher. Und dass wir das jetzt nicht nach einer Stunde schaffen, sondern vielleicht nach 20 Stunden oder so. Zu viel verlangt. Auf jeden Fall ist die erste Insel komplett gleich als die, als die andere Heli-Mission da. Aber, ey, hab ich mal den Schuss abgeblockt? Ich glaub's nicht. Ähm, dies auf die Nacht natürlich. Aber ein Unterschied gibt's an dem, und zwar bei der zweiten Insel. Äh, da wissen wir nicht, wo es unten ist. Das ist ziemlich schlechter als Pilot, würde ich mal sagen. Ja, äh, ihr könnt euch drauf freuen, ich ja nicht so, weil ich muss das schaffen. Äh, ihr könnt mich dabei auslachen, wenn ich's nicht schaffe. Aber okay. Ups, wow. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. So, ich mach wieder meine Taktik mit Fallenlassen und Nicht Fallenlassen. So, irgendwo bist du da. Da. Nein. Ah, jetzt haben wir dich auch. So, wo bist du? Wo bist du? Irgendwo da. Hä, hä. Komm. Da. So. Du bist weg, du kleines Würstchen. Und da rechts ist auch ne Kanone. Puh. Jetzt fehlt noch da ne Kanone. Oh, verdammt. Äh, tut mir leid, Leute. Oh Mann, das ist mein letzter Part. Äh, ich versuche ja so stehen zu bleiben. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, Leute, willkommen zurück zu Pilotwings. Ja, ihr seht schon, ich rede ein bisschen schnell und, äh, es tut mir auch leid, dass ich in meinen letzten Partnerkarten, also jetzt in meinen letzten Partnerkarten drin war. Ist irgendwie ein bisschen uneflisch oder so. Äh, auf jeden Fall, äh, bin ich gerade ein bisschen nervös. Und das ist ein Wert und das unglaubliche Glück, äh, dass wir irgendwie nicht abgeballert wurden, während ich ALFK war. Frag mich nicht warum, ich weiß nicht, was mit meinem PC mittlerweile abgegangen ist. Äh, vielleicht hat sich ja das Spiel passiert und wie ich wieder ins Zimmer reinkommen werde, äh, da ist es wieder aufs Stadt gegangen oder so, weil es mich so mag, das Spiel. Auf jeden Fall darf es uns jetzt nicht abballern und wir ballern gerade die Verrückten und ich bin gerade nervös und ich habe keinen Bock, das war irgendwie noch verlieren und ich baller gerade sehr viel ab und... Fuck, baller ich viel ab. So, äh, und die kümmern uns, kümmern, kümmern, kümmern wir uns jetzt auch noch. Die am besten auch, bevor dann noch irgendein Hirn hier auf die Idee kommt, um uns abzuballern. Also, ich glaube, wir könnten versuchen zu landen, ist das nicht so? Ich glaube schon, oder? Äh, ja, dann landen wir, würde ich sagen, oder so? Verdammt, ist die Staging-Klick ziemlich klein oder bin ich nur nervös, oder? Oh, fuck. Oh, 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 wahn. Oh, fuck. Oh, motherfucker. No, shit. Mann, Leute, ich kann es nicht fassen, wir haben es geschafft, wir haben es tatsächlich verdammt nochmal geschafft, wir haben Pilotwings durchgezogen und ich kann jetzt eigentlich schon langsam aufhören, zu schnell zu reden. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, wir haben es geschafft, was für ein Glück wir da hatten. Mann, wir sind der AFK, wir haben nicht abgeballert, wir schaffen es direkt beim ersten Versuch, verdammte Scheiße. Oh, Mann, ja, heul ruhig. You have done a simply magnifizient job as a reward for you, exponential performance, I heard. Äh, ich kann nicht mehr reden. Äh, 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 ja, golden pilotwings, verdammte Scheiße, wir sind die Herrscher des Universums, verdammt. Oh, Mann, ich hab das Ende noch nie gesehen. Oh, so sehen wir also aus, okay. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, okay, Leute, okay, äh, alles cool, Mann, wir haben der Pilotwings durchgezogen, äh, und, oh, Mann, wir haben der Pilotwings durchgezogen. Leute, also, echt mal, ihr müsst das einfach mal selber probieren, um zu sehen, wie das so ist. Am Anfang ist es wirklich sehr lustig, und am Ende würdet ihr am liebsten euren Bildschirm aus dem Fenster hauen, aber am Anfang macht es auf jeden Fall Spaß, und das gönne ich einem jeden. Ich bin dankbar für jede Minute, die ihr mir zugeguckt habt, und in mich investiert habt, und, oh mein Gott, wer ist das denn? Ja, wer ist das mit so Pingo? Oh, ist das Big Air ohne Sonnenbrille? Dann guckt er uns so ab. Naja, egal, wir haben es geschafft. Ja, dann würde ich sagen, mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ja, bis dann, meine Piloten.